Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Life is Strange. Wir sind endlich bei Episode 3 in der letzten Folge angekommen. Was ist in der letzten Folge passiert? Wir haben den alten Nathan verpetzt. Dann haben wir gechillt. Dann kam eine komische Sonnenfinsternis. Und dann sind wir in Episode 3 eingestiegen. Und jetzt sind wir mitten in der Nacht auf dem Campus, haben Chloe getroffen. Und mit der sollen wir jetzt irgendwo hingehen oder uns irgendwas angucken. Und ich weiß gar nicht mehr, was sie gesagt hat. Aber wir sagen einfach mal Chaos Theory. Wollt ihr nicht sagen, dass es alles über Chaos Theory war? Ich sehe keine Kontrolle über dieses Chaos. Oh, genau. Außer für eurem Gelegenheit, zu... Oh ja, Zeit und Raum manipulieren. Oh, sie hat mir gedacht. Es fühlt sich, dass Rachel uns auf die Wahrheit geführt hat. Ich will nur die Wahrheit finden. Ich will nur meine Freundin finden. Es schützt mich, dass sie dort sein können. Du glaubst, dass sie... ...kickst sie in Los Angeles? Das wäre das beste Scenario. Sie nicht ohne mich, okay? Und wie oft die Mädchen sind? Wir müssen uns bald nach Rachel finden. Wir müssen uns. Ich versuche dir, dass wir werden. Wie du gesagt hast, es ist Zeit, die Suche zu suchen. Jetzt erzähl mir, was dein Geheimnis ist. Drumroll bitte. Ich präsentere die Spare-Keyse zu Blackwell. Danke, Step-Prick. Du bist so ein Boss, Chloe. So ein Boss. Chloe, der Boss. Ich bin in es, um es zu gewinnen. Ich bin in es, Max. Ich bin in es, um es zu gewinnen. Ich bin so glücklich, dass du mein Partner im Krieg. Ich bin so glücklich, dass du mein Partner im Krieg. Ich bin ein paar gute Sprechen drauf. Ich bin in es, um es zu gewinnen. In es, um es zu gewinnen. Decent. 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 Danke, Victoria. Ich denke, dass du ziemlich schade über Kate auch. Ich bin immer noch in Schock. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand die Menschen sterben. Ich bin wirklich interessiert von Katie. Katie? Ich habe keine Ahnung, dass du zwei so gut waren. Sie war es? Wie ist das so ein Bedeutungs-Geräusch-Kontest? Es ist nicht. Der Konest ist noch ein Bedeutungs-Geräusch. Ich habe noch einen Bedeutungs-Geräusch-Kontest. Ich habe alle Fotos, außer Max. Ich gebe dir einen Einwarten-Geräusch-Geräusch-Geräusch. Selfie. Hör, du hast meine Entry gesehen. Du wirst, dass es besser ist. Es wäre nicht so cool, dass wir in San Francisco zusammen zusammen sitzen, Marc? Ich gebe dir, Herr Jefferson, Victoria. Und, äh, ich habe noch nicht mit dir. Du hast meine Arbeit schon sehr lieb. Es ist nicht so, dass du spielst. Ich denke, wenn du meine Fotos wählst. Wir müssen viel Zeit zusammen spenden. Das wäre... Spaß, nicht wahr? Ich denke, dass du nicht gesagt hast. Du kannst mich wählen. Insofern muss ich sagen, dass du meine Fotos wählst. Für ein Favor? Als Favor? Für dein Zukunft? Ich will auch nicht diese Angelegenheit. Diese Gespräche ist offensichtlich, Frau Chase. Ich sage, dass du zurück nach deinem Bedeutungs-Geräuschst. Warte! Ich habe nur... Oh, sie f*** ab. Big time. Tja, das ist das für meine Verdummes. So ein Who? Das ist das für meine Verdummes. So ein Who? So ein Who? Ritman. Serious. We could go to jail. Not if I'm related to the head of Blackwell Security. Stepshit will not let me in the hands of the local police. So we better find out what's in the principal's office first. You can rewind if we get caught, right? You have mad powers, Max. Tell that to Kate. Come on. One more door and our work here is done. Okay, we could go into it. But no, we don't go into it. We'll go into it first. Oh, creepy. Oh, bathroom. Yeah, and I'm lucky lucky, man. I'm going to go into it. Oh, so hot. It's really dangerous. Okay, what's going on here? A letter. Lucky lucky letter. There's no way David would get a Mrs. Grants face. She shut his ass down fast. Kein Bock, das zu lesen. Wer es lesen will, gönnt euch. Oh, keys. Nice. Nice. Box. Lucky lucky. Squirrels like nuts. Does that mean Samuel is... Nah. Okay. Wie wir unser inneres Tier füttern. Kannst das jetzt mal aufmachen, du hast so einen Schlüssel, du bist ja nicht dumm. Yes, we do. Yes, we do. Yes, we do. Just in case. Okay. Hier ist er sicher nicht drin noch. Oh, was nichts ist. Dead End. Auch nichts. Hier ist sicher auch nichts. Boring. Und hier ist auch nichts. Ah, ist so gut ein Hellseher zu sein. Phonies. Hier sind die Schlüssel. Ah, nichts für die Principal's Office. Keine Schlüssel für dich. Wir müssen einen anderen Weg in finden. Ich glaube, ich habe nicht genug Zeit mit Frank. Aber ich werde meine DIY-Lockpick-Tools benutzen, während du einen besseren Plan hast. Mein Plan hat einen Namen. Hey, Warren. You busy? Just Bubble Hearth. You'll be okay. Warren ist ein Dippo da was. Listen, ich brauche deine Physik-Expertise, Stat. Without naming names. If somebody had access to the Art and Science Labs and wanted to construct a device that would, say, open a locked door, would you maybe kind of know how? Huh? No, I'm just asking for fun. Thanks, Science Guy. No, no, no. Stay. We need you as backup. Stay. Just send the text instructions now. Fuck, stay. Wie ein Hund. I'm sorry. I'm just not sure about a movie night right now. Like a fucking dog. Don't hate me. And thanks for the help. Hey, wake up. This sucks ass. Goddamn door. Try not to wake up everybody at Blackwell. Sorry, Max. I got nothing. What about your plan? I'm gonna go put it together. Sugar. Can you stay here and not get caught? I might get on the other side of that door before you, Lupin. The race is on. See you soon. Okay. Okay. Okay, warte. Was brauchen wir jetzt alles? Äh, Zucker. Eine Cola. Eine Cola Dose. Das gute alte Duckdame. Und Sodium. Zucker in die Dose. Sind das Nachos? Fuck, I'm confused. Egal. Wir machen das schon. Wir müssen ja erstmal den Scheiß finden. Gibt's hier noch irgendwas? Nein. Okay. So. Oh, hier ist Sugar auf jeden Fall. Sugar. Oh, Sugar. Sugar, Sugar. Sugar, Sugar. Sodium. Und noch irgendwas. Okay. So. 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 Oh, noch irgendwas. Oh, das ist fucking creepy. Ich hasse solche Hallways. Still there, did you blow? TTYR. Ah, Text to you later heißt das. Ah. Gut, dass wir das jetzt auch herausgefunden haben. Sehr gut. Das erfüllt mein Herz mit Freude. I hate that formal and smell. Uh, Xer-Pfeil. Only a B-minus? Warren has shattered my faith. Of course, I'm barely passing science. Change grade. Oh, yes. You deserve way more than this for taking on Nathan. That's so true. Every little grade counts. Yes. I like this plus better than that minus. That sounds good. Thanks for being there for me, Warren. Yeah. Periodic table. Periodic table. Interesting. I wish I knew what periodic means. Ach, Max. Wenn wir das nicht alle gerne wissen. I never said they were great. Max takes shitty selfies. Wir brauchen Ducktape und Sodium. Science for. Yes. So Sodiumchloride ist ein Weedkiller. You'd think Warren would have told me that factoid. Okay. Is this here just the stuff? Hello Sodium. Huh? I need to see if something exploded. I'm not a idiot. Oh, no. Oh, yeah. Oh, yeah. Okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. You're an artist, dammit, not a scientist. But this is so not sodium chloride. What? Cigarette? What the fuck? Photo. was wir holen wir das ding darunter artikel kommt max don't waste your rewind power use the damn chair smart smart fucking noch so attacke wo findet man wir brauchen den zum aquarium Wir sind ja smart. Wir wollen ja nicht, dass jemand hier reinkommt und sagt, hey. Wir haben mit den Fischen gechillt und dann sagen wir, nein, den haben wir nicht. Und dann sagt ihr, doch, habt ihr und wo ist das scheiß DuckTab? Wo müssen wir jetzt noch hin? Exempfiles habe ich schon abgecheckt. Hier ist nix, hier ist... Lucky Lucky, hier kommt. Oh, der Darm. Oh, gross. Open. The gates of hell. Hell's Kitchen. Von da sind wir gekommen. Don't smoke. Kate's locker. Lucky Lucky. Oh, Kate. Ihr locker sieht so leid. Ich dachte, wir haben ein paar Tape in Jefferson's Klasse letzte Woche. Jefferson, 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 Jefferson's Klasse hier? Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sie sind richtig wie... Wir sammeln hier die Sachen jetzt und dann fühlen wir uns wie Walter White. Contest pictures, Lucky Lucky. Oh, Kate. Even when you were sad, you tried to see Victoria. That is pretty fucking sweet. Daniel's a better illustrator than photographer. Said Max, the art critic. Photos, Lucky Lucky. I feel gross even looking at Nathan's work. But he does have some style. Well, well, well. Dear Mr. Nathan. You got some... Ah, cigarettes. Victoria's cigarettes? Victoria's cigarettes. I'm sure Mr. Jefferson is impressed. Mhm. I probably should find those items now. Ja, Jimma, ich hab's schon gesehen. Das ist da hinten. Gibt's hier noch irgendwas? Hier ist auch noch Duck Tape. Brauchen wir mehr als ein Duck Tape? Der Tape ist mir. Der Tape ist mir. Der Tape ist mir. Der Tape ist mir. Ich nehme, was mir gehört hat. Jetzt ist es Zeit, zu zeigen Chloe, dass Max ist die Bombe. Okay. Auf zu Chloe. Schauen wir noch gleich. Ach, nochmal. Wir können das Ding noch bauen. Zur Seite. Open the gates. Ja. Uh. Der Hall ist echt fucking creepy. Check the corners. Was? Was? Was nicht hier? Das ist ein Principal's Office. Hier oder nicht? Nicht? Ah, hier. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Mach es schnell auf der Tür, Chloe. Wir versuchen das zuerst. Oh, Litter. Ja, Zeit, um es zu schlafen. Wenn du die Kornel nimmst? Das ist so cool. Schau dich bereit, um die Karte zu schrauben. Das war so cool. Das war so cool. Oh, wir sind zuerst! Hier kommt das ganze Arcadia Bay Feuer- und Polis-Departement. Äh, was sollen wir tun? Wir müssen auch einfach rewinden, glaube ich. Oder? Ah nein, dann chill ich hier. Dann müssen wir trotzdem die Pipe-Bomb machen. Ist ja dumm. Kann ich irgendwie den Feuer-Alarm ausstellen? Ich weiß aber nicht, ob das der richtige Weg ist. Aber ich hasse sowas. Das ist ja für das Hilfe. Scheat. Einfach? Hängt das rein? Ähm, hm. Äh, da-da-da-da. Okay, egal. Wir machen das einfach nochmal. Was sollen wir tun? Oder müssen wir dann weglaufen? Ich weiß es nicht. Wenn wir hier reingehen... Ah! Natürlich. Wir gehen einfach rein. Oh. 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 Oh, das ist bullshit. Fuck you, Dorf. Welcome to my Domain. You are magic! I have no clue how the hell you got in there, but you did it, Sista. The company I keep. Now, let's find out what we want and feed it. My powers only go so far. Man, I can see why the principal locks this room up. So, das ist bei vielen Leuten so. Wie Geld haben, aber keine Schraube. Wie geht es nicht? Wie geht es? Ich werde die Papersen auf dieser Schraube-Karte desk. Oh. Okay, sicher. Principal Cloudy. Just like that. This is your chance to truly get all deductive and shit, Sherlock. Find us some clues about Rachel or Kate or Nathan. Anybody. I'm on the case. Okay. Das heißt, wir sind erfolgreich eingebrochen. In the Principal's Office. Wird jetzt noch seine Nachricht. Äh. Okay. Alles cool. Dann in der nächsten Folge werden wir nach Hinweisen suchen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Und bis zum nächsten Mal. 发现 ganz schlimmer. Bis zum nächsten Mal. Wenn hier ist, ichди noch zur Polish-Karte-Karte. Woовых coś gehört. Bleak ganz normal. Wie Instagram.